Was ich dafür machen will, ich habe mir natürlich überlegt, was kann ich in den 20 Minuten rüberbringen. Ich möchte sozusagen versuchen, die Story und die Denkweise der immunologischen oder der neuroendokrino-immunologischen Diagnostik in der Umweltmedizin darzustellen, um mir auch letztlich Handlungskriterien zu geben. Worüber reden wir in der Regel, sage ich mal, bei umweltmedizinischen Erkrankungen? Ich glaube, da ist auch die Änderung in der Denkweise in der Umweltmedizin in den letzten 15 bis 20 Jahren gekommen. Und das ist auch der Grund, warum so manche alte arbeitsmedizinische Umweltmediziner uns heutzutage gar nicht mehr verstehen, was sie überhaupt meinen. Denn die Umweltmedizin ist letztlich die Immunologie eingezogen, beziehungsweise die neuroendokrino-immunologie. Diese Begriffe NICE, die kamen heute schon vom Kurt Müller, vom Peter Unsorge. Wir haben es an dem Fall gerade gesehen. Es sind gar nicht mehr die toxikologischen Fälle, über die wir reden. Natürlich sind es natürlich auch. Aber es ist ganz häufig, dass Toxine, oder wir haben in den letzten 10, 15 Jahren begriffen, dass Toxine nicht nur toxisch wirken, sondern dass sie auch immunologisch wirken, ob direkt oder indirekt. Dass sozusagen am Ende die Aktivierung des Immunsystems und die Veränderung bestimmter neuroendokrino-immunologischer Phänomene, dass diese letztlich das Resultat darstellen der umweltmedizinischen Belastungen oder der multiplen umweltmedizinischen Belastungen auf einer individuellen Basis des jeweiligen Patienten. Das heißt, das ist, glaube ich, das Problem, was wir uns auch im Kopf darstellen müssen. Und ganz viele Laborparameter sind letztlich Folge dieses immunologischen, neuroendokrino-immunologischen Prozesses. Sie sind nicht kausal, sondern sie sind Folge, aber sie sind deshalb natürlich trotzdem wichtig. Worüber reden wir ganz häufig auch bei umweltmedizinischen Erkrankungen? Es gibt sicherlich einige bestimmte Neuropathien, wo man wirklich unmittelbare toxikologische Problematiken sieht oder Blutbildveränderungen oder sowas. Das ist natürlich klar, die klassischen toxikologischen Phänomene, eine Bleiintoxikation mit bestimmten Blutbildveränderungen. Ich glaube, darüber reden wir in der Regel nicht, wenn wir uns über diese Fälle hier unterhalten, sondern wir reden über die chronisch entzündlichen Erkrankungen. Das sind letztlich so diese vier großen Komplexe. Das sind alles, was mit Allergie zusammenhängt, mit Hyperreaktivität auf fremde Stoffe. Auch Immuntoxikologie, ein ganz kritischer Begriff eigentlich, wo viele was anderes darunter verstehen. Aber letztlich hyperergische Reaktionen, das sind chronische Infektionsverläufe. Das ist also die Paradontitis für die Zahnärzte. Das ist das klassische Beispiel. Paradontale Erreger sind auch beim Patienten ohne Paradontitis da. Der eine entwickelt darauf eine Entzündung, der andere nicht. Das heißt, das Problem liegt hier nicht auf der Erregerseite. Das Problem liegt auf der Patientenseite, auf der Immunregulationsseite. Kann er das tolerieren bis zu einem gewissen Punkt? Schafft er es zu sagen, ich muss da nicht unbedingt darauf reagieren, auf die paar Keime? Genauso bei einigen Formen der chronischen Borreliose, wo wir nicht mehr das infektiologische Problem primär sehen, sondern das immunologische Problem, das Hyperreaktivitätsproblem. Wo eben dann manchmal, ich rede immer von einigen Fällen, die dauerhafte Antibiose bis zum Tod der Erreger eben nicht mehr das alleinige Maß ist. Denken Sie an Zytomegalivirus, Epstein-Barr-Virus. Diese Problemviren, mit denen wir fast alle infiziert sind, aber in der Regel sind die problemlos und bei einigen machen sie Probleme. Das liegt doch nicht am Virus. Der hat doch nicht ein besonders gefährliches Virus jetzt inkorporiert, sondern es liegt am Immunsystem des Patienten, dass es bei ihm ein Problem macht. Selbe Autoimmunerkrankung ist letztlich nichts anderes als eine Allergie auf körpereigene Strukturen. Also das Immunsystem schafft es irgendwann nicht mal, eine Toleranz gegenüber seinen eigenen Proteinen zu erhalten, seinen eigenen immunogenen Strukturen. Und auch ganz viele chronische Organentzündungen wie Multiple Sklerose, chronische Entzündliche Darmerkrankungen und andere sind letztlich sehr wahrscheinlich eine Mischung zwischen Autoimmunerkrankungen und chronischen Infektionsverläufen. Das heißt, bei ganz vielen hier kennen wir nicht den Auslöser, aber wir wissen, es sind letztlich autoaggressive Phänomene. Also das sind ganz häufig letztlich Krankheitsbilder, mit denen wir es auch in der Umweltmedizin natürlich zu tun haben und natürlich gucken müssen, nicht nur diagnostizieren, sondern sind hier umweltmedizinische Faktoren von Bedeutung. Und das ist eigentlich dieser Einzug der Immunologie, die so in den letzten 10 bis 15 Jahren übrigens nicht nur in der Umweltmedizin vonstatten gegangen ist, sondern auch in der Allergologie, in der Rheumatologie. Auch hier kam die Immunologie letztlich dazu und hat ganz andere Erklärungsmuster geschaffen für bestimmte Krankheitsbilder. Wir können heute diese gesteigerte Tendenz zu autoreaktiven oder zu entzündlichen Veränderungen eigentlich dadurch erklären, dass unser Immunsystem geprägt ist durch eine gestörte Regulationsfunktion. Das heißt, Patienten mit chronischen, zündlichen Erkrankungen haben eine gestörte Regulationsfunktion, das beschreibt man hauptsächlich den sogenannten regulatorischen Telomphozyten zu, das heißt einer Bremsfunktion in unserem Immunsystem. Unser Immunsystem hat eine ganz wichtige Fraktion, das ist vielleicht so 20% des Immunsystems, besteht aus Bremszellen. Das sind nicht die Angriffszellen, die sich auf die Erreger stürzen. Die sind häufig unproblematisch, die sind phylogenetisch alt, die funktionieren noch sehr gut. Aber das Empfindliche an unserem Immunsystem sind diese Bremszellen, sind diese Zellen, die ständig anderen Immunzellen sagen, ihr müsst hier nicht darauf reagieren. Ihr müsst nicht auf die eigenen Schilddrüsenantigen reagieren. Ihr müsst nicht auf die Borrelien reagieren, auf die letzten, die da übrig geblieben sind, irgendwo liegen. Ihr müsst nicht auf das Zytomegalie-Virus reagieren. Das sind im Grunde genommen, das ist eine ganz wichtige Funktion. Und viele können letztlich nicht verstehen, dass ein Immundefizit nicht unbedingt heißt, das Immunsystem reagiert weniger, sondern ganz häufig ist eine Folge eines Immundefizites, dass es verstärkt reagiert und unreguliert reagiert und sozusagen nicht mehr gebremst werden kann. Und das ist das Problem der chronisch entzündlichen Erkrankung. Das heißt, wir haben eine Reihe von Triggern, Peter Unsorger hat die vorhin genannt, ich habe mir jetzt hier mal nur die immunologisch relevanten Trigger herausgesucht, Viren, Bakterien, Pilze, Immunkomplexe, aber natürlich auch die Allergene, die Xenobiotika, das heißt eine Riesenfraktion, was hier einfach mal mit zwei Beispielen dargestellt ist. Das Ganze kann natürlich auf das Immunsystem wirken, wenn es vorhanden ist und kann letztlich diese chronische Immunaktivierung fördern. Und diese chronische Immunaktivierung ist letztlich ein wesentlicher Faktor für eine geschwächte Immunfunktion, für ein sinnlos aktiviertes Immunsystem, ist immer schwächer als ein in Ruhe gelassenes Immunsystem. Und das Ganze führt zu einer gestörten Immuntoleranz und eine gestörte Immuntoleranz, das sagt schon der Name, bedingt letztlich Allergien, Autoimmunerkrankungen, chronische Infektionen, chronische Entzündungen. Und wenn das Ganze dazukommt und die neuen Trigger wieder da sind, das fördert es wieder die chronische Immunaktivierung. Und irgendwann haben wir einen Kreislauf, der letztlich genau das ausmacht, was wir chronisch entzündliche Erkrankungen oder auch Multisystemerkrankungen nennen. Denn es bleibt nicht im Immunsystem, es betrifft das Neuro-Endokrino-Immunsystem letztlich dieser Kreislauf. Und ganz viele Laborparameter können wir jetzt eigentlich messen, die uns zeigen, wie schnell sich dieses Rad dreht. Ob wir jetzt in nitrozativen Stress oder oxidativen Stress oder Inflammationen messen oder ATP. Das heißt, ganz häufig sehen wir im Grunde genommen, das Rad dreht sich. Natürlich sehr individuell bei den einzelnen Patienten, die natürlich alle ihre Schwachstellen haben. Aber letztlich sehen wir, wie sich das Rad dreht. Und dieses ganze sich drehende Rad wird natürlich nun zusätzlich beeinflusst durch toxikologische Faktoren, durch Störungen im Säurebasen, im Vitaminhaushalt, im Spurenelement-Haushalt, bestehende genetische Fraktionen oder genetische Polymorphismen, Veränderungen, die uns sozusagen hier mehr oder weniger empfindlich machen. Das Ganze hat natürlich nun einen zusätzlichen Einfluss neben den bestehenden Triggerfaktoren. Und wenn wir eigentlich auch Umweltmedizin uns vorstellen, dann geht es eigentlich letztlich immer darum, erstens, was hat der Patient für Triggerfaktoren, die wir ihm nehmen können. Hier kommen natürlich jetzt aus der Anamnese noch viel mehr dazu. Und zum Zweiten, können wir ihn irgendwie unterstützen, dass wir sein multisystemisches, neuroendokrinologisches, immunologisches Rad hier, dass wir das irgendwo wieder bremsen und wieder stabilisieren und wieder regulationsfähiger machen. Wir wollen es ja nicht stoppen. Bei der nächsten Infektion braucht er es ja. Braucht er ja die Entzündung. Entzündung ist ja nichts Schlechtes. Deshalb wäre es so einfach. Das wäre einfach. Könnte jeder 80 Milligramm Cortison und dann hätten wir keine chronische Entzündung mehr. Sondern wir brauchen ja dieses gute Immunsystem, dieses reaktionsfreudige, aber nur dann, wenn es wirklich gebraucht wird. Also das ist das Problem der chronischen Entzündung. Welche Fragen beantwortet nun die Labordiagnostik in der Umweltmedizin? Erstens natürlich, was sind die für den Patienten relevanten Trigger? Allergien, Infektionsdiagnostik, ähnliches. Zeige ich gleich. Liegen Hinweise auf eine Multisystemerkrankung vor? Das heißt, bestimmte Parameter aus diesem Rad sollte man bestimmen. Inflammation, Mitochondropathie, oxidativer Stress. Das ist jetzt sicherlich auch eine Frage des Geldbeutels, wie weit man hier geht. Man braucht sicherlich nicht die gesamte Latte, die auf so einem Laboranforderungsschein ist. Ich werde nachher ein paar Beispiele nennen, auf was man es aus meiner Sicht eingrenzen kann. Welches System ist natürlich vorrangig betroffen? Das heißt, das Immunsystem, das Neuroendokrine-System, Inflammation, nitrosativer Stress. Letztendlich sind wahrscheinlich alle betroffen. Das ist das Problem. Dieser Multisystemerkrankung. Aber was ist sozusagen vorrangig betroffen? Wir haben eben schon ein Beispiel gehört, wo Kurt Müller praktisch den Zusammenhang kommt, ATP dargestellt hat. Natürlich kann man jetzt hier sagen, was ist vorrangig betroffen? Und ein bisschen darauf fokussieren und dann auch therapeutisch darauf fokussieren. Bestehen individuelle genetische Prädispositionen? Sicherlich auch immer wichtig, differenzialdiagnostisch. Es ist letztlich nicht sehr hilfreich zu wissen, dass ich diesen oder jenischen genetischen Polymorphismus habe. Aber ich weiß natürlich, dass er mich deshalb empfindlicher macht für bestimmte Faktoren. Und es spielt in der Differenzialdiagnostik häufig eine große Rolle. Da werden wir auch noch drauf kommen. Und natürlich gibt es individuelle therapierbare Defizite in diesem Kreis. Wenn ein Patient so wenig Glutadion in seinen Zellen hat, dann macht es natürlich Sinn, dieses aufzufüllen. Obwohl wir wissen, das ist nur eine Folge der Entzündung. Das ist nicht die Ursache. Aber wir schmieren ja auch den Motor, wenn er anfängt zu quietschen. Also das ist sozusagen die Folge. Also die erste ist, welche Trigger sind verantwortlich? Essentiell in der Medizin eigentlich. Das beginnt ganz, ganz wichtig mit der Anamnese. Müsste eigentlich viel, viel größer sein. Und dann kommt natürlich auch Labordiagnostik dazu. Je nach Fall. In der Infektiologie, Allergologie, Immuntoxikologie, Autoimmunologie. Alles letztlich Triggerdiagnostik. Was ist der entscheidende Trigger? Und gerade in der Allergologie und in der Immuntoxikologie haben wir die Chance, über Expositionsvermeidung natürlich diesen Trigger rauszunehmen. In der Autoimmunologie können wir am Ende sagen, beim Ergebnis, wir wissen jetzt die Diagnose. Wir können jetzt therapeutisch nicht sagen, wir nehmen das Autoantigen weg. Also das ist die Allergie natürlich schöner. Bei der Infektiologie kann man in gewisser Weise bei einigen Erregern zumindest etwas tun, gegen den Erreger. Häufig wissen wir über verschiedene Viren und auch einige bakterielle Infektionen ist unser Handlungsspielraum letztlich gegen den Trigger auch relativ eingeschränkt. Also das ist die eine Seite letztlich der Diagnostik von Triggerfaktoren. Eine Rolle, womit wir uns viel beschäftigt haben, ohne dass ich jetzt sagen will, das ist das Allereinzige, sind diese T-Zell-Sensibilisierung. Das heißt, die T-Zell-Sensibilisierung haben häufig zur Folge, dass wir diese TH1-Immunantwort haben. Und das bedeutet letztlich immer Interaphone-Gamma, Freisetzung von Interaphone-Gamma. Und was Interaphone-Gamma macht, kennen Sie alle von Ihrem letzten banalen Virusinfekt. Diese Symptomatik, die Fatigue, Kopfschmerz, praktisch Anorexie und Appetitlosigkeit, das ist typisch auch Interaphone-Gamma. Und wenn man Sensibilisierung hat auf bestimmte Substanzen, auch auf Chemikalien, kann man echte Sensibilisierung haben. Das ist das, was der Kurt Müller aber als proliferative Sensibilisierung bezeichnet. Das hat man also einen Trigger für diese Interaphone-Gamma-Produktion. Und das bedeutet, eine Sensibilisierung ist für dieses Allergen ein relevanter Trigger. Deshalb hatte ich hier hingeschrieben, bei Sensibilisierung, Allergene bei Sensibilisierung, gehe ich praktisch über diesen Weg. Und das Interaphone-Gamma ist ein ganz entscheidender Antreiber auch für diesen Kreislauf. Das ist nur ein zweites Beispiel, Nahrungsmittel, Allerbemorteine. Im Prinzip kann ich auf alle Allergene eine Sensibilisierung haben. Und die Frage ist dann natürlich immer, worauf ich kann nur auf etwas reagieren, worauf ich sensibilisiert bin. Ich will nicht sagen, dass man auf alles, jedes Antigen, jeder von uns ist auf irgendwas sensibilisiert. Dass das sozusagen immer auch kausal ist. Aber es ist letztlich ein relevanter Triggerfaktor. Und darum geht es ja in der Diagnostik. Was sind die für den Patienten individuellen Triggerfaktoren? Hier darf man jetzt nicht sagen, dass Kuhmilch ein schlechtes Protein, also schlechtes Nahrungsmittel. Das ist für sehr viele Patienten wunderbar immunologisch verträglich. Aber für einige Patienten ist das einfach ein Triggerfaktor. Und dann macht es durchaus Sinn, in gewissen Zeiten zumindest, dieses zu meiden. Insbesondere dann, wenn die intestinale Permeabilität erhöht ist. Das ist insbesondere bei Nahrungsmittel, Proteinen natürlich, spielt das eine bedeutende Rolle. Weil nur dann kommt das Immunsystem ja mit diesen Nahrungsmitteln in Kontakt. Deshalb hatte ich Ihnen hier das Zonulin dargestellt. Also ein Marker für die erhöhte intestinale Permeabilität. Spielt aus meiner Sicht eine ganz große Rolle. Weil Zonulin uns anzeigt, letztlich direkt anzeigt, wie hoch ist die intestinale Permeabilität. Das heißt, wie ausgeprägt ist das Leaky Gut. Das ist ein sehr schöner Marker, der uns im Grunde genommen zeigt, wie offen ist die Darmpassage. Und gerade bei den Nahrungsmitteln spielt das eine ganz bedeutende Rolle. Weil wenn der Darm zu ist und dazu vielleicht noch die Verdauung im Magen gut funktioniert und die Darmpassage intakt ist, dann kommen die Nahrungsmittel mit dem Immunsystem überhaupt nicht in Kontakt. Dann habe ich also kein Problem. Wenn ich aber eine erhöhte intestinale Permeabilität habe, dann habe ich letztlich die Probleme mit den Nahrungsmitteln trotz Sensibilisierung. Und ein zweiter Punkt, warum die intestinale Permeabilität aus meiner Sicht bei umweltmedizinischen Patienten eine ganz bedeutende Rolle spielt, ist, dass umweltmedizinische Patienten natürlich geprägt sind von einer, in der Regel einer bestehenden Inflammation. Diese Patienten haben eine Low-Grate Inflammation, also eine Silent Inflammation, wie man auch häufig sagt. Und ein wesentlicher Trigger der stillen Inflammation bei Patienten ist die bakterielle Translokation aus dem Darm. Wir haben ja im Darm eine massive Menge von Bakterien, das heißt eine massive Menge von Antigenen. Und je höher die intestinale Permeabilität ist, desto höher kommt letztlich dieser endogene Triggerfaktor, transluziertes LPS, wie man auch sagt, Lipopolysaccharide, mit dem Immunsystem in Kontakt. Und es ist sehr gut gezeigt bei Patienten mit Morbus Crohn und auch mit Diabetes, je höher das Zonulin ist, das heißt, je höher ist die Darmpermeabilität, desto höher ist die Inflammation beim Patienten. Und ich glaube, dass dieser Ansatzpunkt letztlich der Dysbiose-Lenkung oder die Tide Junctions irgendwo wieder zuzumachen als Therapeutikum, ein ganz entscheidender Punkt ist auch bei vielen chronisch-entzündlichen Erkrankungen, um diesen basalen Trigger aus dem Darm dem Patienten wegzunehmen. Also diese alte naturheilkundliche Idee, Dysbiose kann helfen, Dysbiose-Lenkung oder Therapie bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen kann man jetzt, glaube ich, ganz gut zeigen und auch demonstrieren und letztlich gucken mit bestimmten Parametern, ob es bei einem Patienten sinnvoll ist. So, die zweite Frage ist natürlich immer, wie diagnostiziert man die gestörte Regulationsfunktion? Und hier kann man, glaube ich, geschätzte 30, 35 Parameter machen, wenn man möchte, kann man ganze Anforderungsscheine durchkreuzen, um sozusagen irgendwo diese ganzen Folgen, Immunzelldysfunktion, Inflammation, Mitochondropathie, oxidativer, nitrosativer Stress, die berühmte TH2-Dominanz, TH1, TH2-Immunsystem ist letztlich für diese Fragestellung noch nicht ganz ad acta gelegt. Dieses Modell, Störung der neuroendokrinen-Stressachse, da haben wir schon einiges gehört, haben wir auch weitaus kompetentere Leute als mich hier im Raum, Vitaminspuren-Element-Haushalt, das sind letztlich alles Faktoren, die irgendwo direkt oder indirekt in diesem Kreislauf drin sind. Ich habe mir mal die Mühe, oder ich habe mal einfach genommen, habe mal versucht, den Zyklus von Paul, also letztlich das Modell von Paul darzustellen, das ist letztlich das hier, das ist im Grunde genommen 1 zu 1 Paul, letztendlich hängt an der Silent Inflammation, die TH2-Dominanz und die gestörte Immuntoleranz unmittelbar dran, das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, wenn wir uns überlegen, dass das eigentlich das Problem ist, bei zumindest vielen Patienten mit chronischen, zündlichen Erkrankungen, letztlich ist das das Kernproblem der Patienten oder vieler Patienten mit chronischen Umwelt- oder immuntoxikologisch bedingten Umwelterkrankungen, dann können wir eigentlich so ein bisschen gucken, hier oben sind die Stressoren, nitrosativer Stress, das Ganze und jetzt haben wir eigentlich diese Vierer-Beziehung zwischen der Inflammation, zwischen dem oxidativen Stress, dem nitrosativen Stress und der Mitochondropathie. Das Ganze ist eigentlich jetzt diese Vierer-Beziehung und ich glaube, das ist auch so wie ein Mobile, wie auch Herr Müller immer sagt, egal was ich praktisch habe, wenn ich eine chronische Inflammation habe, habe ich irgendwann auch die Mitochondropathie. Ich weiß, dass Herr Huber morgen hier auch noch einen Vortrag gerade zu dieser Beziehung darstellen wird und dann habe ich auch nitrosativen Stress und halboxidativen Stress. Das ist sozusagen gar nicht zu umgehen, weil einfach das Ganze eigentlich ein System ist und nicht vier verschiedene Probleme, die hier dargestellt werden. Welche Laborparameter man nun darstellt, um das darzustellen, das habe ich Ihnen in der Skripte hier auch reingebracht. Die Silent Inflammation, meine Empfehlung ist TNF-Alpha, Interleukin-6, Interleukin-1 im Serum, möglicherweise zuständig für bestimmte Fragestellungen, würde jetzt etwas zu weit führen. TNF-Alpha ist im Labor der sensitivste Entzündungsfaktor. Das CAP, um das voranzustellen, reicht nicht aus. CAP ist vielleicht der am häufigsten gebrauchte Entzündungsfaktor, aber eigentlich der schlechteste, weil er nur die wirkliche, in der Regel ja nur die schweren Bakterieninfektionen und die chronischen Kollagenosen darstellt. Wir wissen alle, eine banale Virusinfektion macht keine CAP-Erhöhung, aber niemand wird leugnen, dass es eine Inflammation ist, die wir dort haben. Das heißt, wir legen uns mit dicken Kopf ins Bett und haben ein normales CAP. Also, CAP ist kein Inflammationsmarker und CAP sollte man auch nicht von niemandem sagen lassen, der Patient hat ein normales CAP, also hat er keine chronische Entzündung. Das ist völliger Blödsinn und da wird Ihnen auch jeder einigermaßen immunologisch gebildete Mensch recht geben. IP10, Intervon-Gamma, das ist letztlich für die TR1-Immunantwort, das sind eigentlich so die wichtigsten. Man kann natürlich das hochsensitive CAP, man sollte allerdings dann wirklich das hochsensitive machen, weil es einfach in diesem unteren Bereich viel besser quantifiziert. Es ist natürlich dasselbe CAP, aber es ist einfach völlig andere Tests, die etwas teurer sind, auch fürs Labor etwas teurer sind, deshalb nicht immer so gern gemacht werden und mancher Laborarzt wird Ihnen sagen, wir machen heute sowieso nur noch das hochsensitive, das stimmt nicht, sondern man muss eins nehmen, was sozusagen in diesem unteren Bereich auch sauber quantifiziert. Und das kann man letztlich nehmen, aber es ist nur bei erhöhtem Spiegel aussagekräftig. Was wir nicht brauchen, was irgendwie in letzter Zeit wieder so aktuell ist, was wir aber nicht mehr brauchen, wir haben das bei uns eigentlich nur noch für Studien angeboten und in letzter Zeit wird das aber wieder gewollt, ich weiß gar nicht warum, ist die NF-KPB-Analyse. Wir haben eigentlich heute mit den Entzündungsmarkern viel bessere Marker, um die NF-KPB-Aktivierung nachzuweisen. Das heißt, wir müssen nicht mehr auf diesen unsicheren und teuren Marker NF-KPB zurückgreifen. Also ich sehe ehrlich gesagt aktuell, wir machen gerade noch mal eine Studie bei uns dazu, aber aktuell eigentlich keinen Sinn. Wir haben eigentlich immer gesehen, dass TNF-Alpha der sensitivere Marker ist als NF-KPB. NF-KPB auch sehr anfällig. Also das ist sozusagen die Inflammation, das ist mal so ein Beispiel, hier sicherlich ein Extrembeispiel. Alle Entzündungszytokine erhöht, die anti-entzündlichen Zytokine, Interleukin-10, TGF-Beta sogar erniedrigt. Ich will Ihnen jetzt nicht sagen, dass man die mitbestimmen muss. Wenn Sie eine hohe Entzündung haben, spielt es keine Rolle, ob Sie eine normale oder eine verminderte Anti-Entzündung haben. Das heißt, Sie haben einfach im Delta immer eine Entzündung. IP10 als Marker für die TH1-Immunaktivierung. CHP manchmal hier so ein bisschen erhöht, trotz deutlich erhöhter Entzündungswerte. Und das verminderte ATP letztlich häufig, nicht immer, aber häufig passend, zur erhöhten Entzündung eine Mitochondropathie. Das ist im Grunde genommen diese Wechselbeziehung, die hier vorhanden ist. Hohe Entzündung, niedriges ATP. Die TH2-Dominanz, das ist für viele, gerade für Allergiker, für Autoimmunerkrankungen, ein wichtiger Punkt, um zu erahnen beim Patienten, wie ist sozusagen seine TH2-Dominanz. Wir haben das ja auch gerade in dem Vortrag von Kurt Müller schon gehört, diese Begriffe. Labordiagnostisch bietet sich an, das IgE sehr vorsichtig. Es ist ein Kassenparameter häufig schon gemacht. Wenn es hoch ist, heißt es, der Patient ist ein Atopiker. Der hat also von genetisch wahrscheinlich bedingt diese Neigung. IgE ist, das Gesamt-IgE ist nahezu nicht induzierbar. Das heißt, die Patienten sieht man auch, in der Heuschnupfensaison haben sie genauso ein IgE wie im Winter. Es ist also kein Aktivitätsparameter, überhaupt nicht. Und auch ein normales IgE schließt eine TH2-Sensibilisierung nicht aus. Sie können eine klassische Wespengift-Sensibilisierung haben und nach einem Stich tot sein und haben ein völlig normales IgE. Also das IgE ist kein Screening-Marker, um eine Allergie auszuschließen. Das ist vielleicht dann schon eher das ECP. Also eher so ein vieles kationisches Protein als Aktivitätsmarker für eher so viele Granulozyten. Das heißt, um eine Typ-1-allergische Problematik oder auch pseudoallergische Problematik darzustellen, dient das ECP häufig zusammen mit dem IgE. Auch eine Kassenleistung, sehr schöner Parameter. Die Amino-Oxidase als das Histamin-abbauende Enzym eigentlich eher zu gucken, ob diese TH2-Schiene ein Problem bei dem Patienten darstellt, weil er das Histamin zusätzlich nicht abbauen kann. Histamin selbst kann man heute ganz gut bestimmen nach Vollblutlöse, also im Heparin-Blut, nicht im Plasma oder im Serum. Da kommen nur Hausnummern raus, weil die Diamino-Oxidase auf dem Weg zum Labor weiter das Histamin abbaut. Logischerweise, wenn sie da ist und deshalb das Histamin, wenn es im Labor angekommen ist, letztlich schon weg ist. Sondern es muss im Vollblut, im Heparin-Blut so eingeschickt werden, wie es ist. Und es wird dann quasi das intrazelluläre Histamin bestimmt. Und natürlich die TH1-TH2-Balance, Interphon-Gamma zu IL-4. Man kann sagen, was man will. Es gibt heute auch noch weitere Fraktionen. Es gibt die TH17-Zellen. Kurt Müller hat vorhin schon das IL-17 angesprochen. Es gibt die regulatorischen T-Zellen. Es gibt die TH0-Zellen. Und im Darm gibt es auch noch TH3-Zellen. Das ist also viel mehr. Trotzdem ist dieses Verhältnis immer noch dafür entscheidend, dass Patienten mit einer chronischen Entzündungserkrankung ganz häufig diese TH2-Dominanz bekommen. Dieses hohe Interleukin-4, niedrige Interphon-Gamma, die hemmen sich immer kompetitiv. Deshalb sind auch die Patienten, die eine TH2-Dominanz haben, häufig in Richtung ihrer zellulären Immunität eingeschränkt und schwächer. Und deshalb entwickeln sie auch mal eine chronische Borreliose oder haben eine erhöhte Prädisposition, irgendwelche chronischen Infektionen zu entwickeln, weil im Grunde genommen ihre TH1-Schiene schwächer ausgeprägt ist. So, muss mich beeilen. Also nitrosativer Stress, Mitochondropathie, oxidativer Stress, das kann man im Grunde genommen fast zusammenfassen. Es gibt diese Parameter nitrosativer Stress am besten eigentlich zu sehen am freien Nitrothyrosin im EDTA-Blut. Citrullin im Urin als NO-Marker, das heißt als Marker für eine erhöhte Stickoxid-Belastung. Alternative ist letztlich nur die Messung von Stickoxid in der Ausatmenluft. Relativ schwierig von der Technik her. Und Methylmalonsäure als letztlich funktionelles Vitamin B12. Das würde ich sozusagen als nitrosativer Stressanalytik sehen. Mehr braucht man aus meiner Sicht nicht. Mitochondropathie, ATP als Mitochondropathie-Marker. Nichts ist logischer als den Marker zu messen, der sozusagen den wichtigsten Produkt der Mitochondrien darstellt, nämlich das ATP. Indirekt möglicherweise ein Hinweis, aber wir sind da nicht mehr so davon überzeugt, dass Lactatpyruvat, der Quotient daraus, der sicherlich einige Formen von einer Mitochondropathie gut anzeigt, aber ganz häufig pathologisch ist, obwohl das ATP normal ist. Mit den Fällen wissen wir momentan noch nicht so viel anzufangen. Den oxidativen Stress, das ist ja nun sehr alt. Im Grunde genommen die ganze Diagnostik oxidativen Stress gibt es ja schon seit 15 Jahren in der Labordiagnostik. Der Abfall von TAS, also totale antioxidative Kapazität im Serum, ein sehr einfacher Laborparameter, der sehr alt ist. Wenn dieser TAS-Wert abfällt, dann ist es in der Regel ein Verbrauch. Und das deutet auf einen erhöhten oxidativen Stress hin. Das Malondialdehyd kann man selbst messen als letztlich Marke einer veränderten Proteine, durch oxidativen Stress veränderte Proteinfraktion. Wir messen heute lieber das Malondialdehyd-modifizierte LDL, weil es einfach stabiler ist. Es korreliert sehr gut zum Malondialdehyd. Aber Malondialdehyd haben Sie einfach Tagespeaks. Das heißt, Sie müssen eigentlich zwei-, dreimal messen. Und Sie werden sich wundern, dass Sie sozusagen durchaus auch unterschiedliche Ergebnisse haben können. Das ist ganz klar bei diesem Molekül, was sehr schnell abgebaut wird in der Leber. Das Malondialdehyd-veränderte LDL ist im Grunde genommen ein stabilisiertes Malondialdehyd, ähnlich wie das HbA1c und die Blutglucose. Also ein längerfristiger Marker. Und das 8-Hydroxidiguanin, letztlich ein Marker für die DNA-Oxidation, wobei es eine sehr gute Korrelation gibt zwischen Malondialdehyd und zwischen 8-OHTG. Eingeschränkte Empfehlung, da letztlich abhängig von der Genetik, die SOD-Aktivität. Also SOD bei einer intakten Genetik ist sie natürlich hoch als Zeichen für einen oxidativen Stress. Aber wenn Sie einen genetischen Mangel haben an der SOD, dann ist dieser Marker im Grunde genommen nicht mehr zu gebrauchen. Deshalb gefährlich, diesen eigentlich zu nehmen. Weil Sie müssten eigentlich erst die Genetik machen, bevor Sie diesen Marker dafür nehmen. Ähnliches gilt im Grunde genommen für die GPX, Glutadionperoxidase. Hier ist die Induktion selenabhängig. Das heißt, es geht hoch bei oxidativen Stress. Aber nicht, wenn der Patient einen Selenmangel hat. Dann geht es nicht hoch. Das schützt ihn aber nicht vom oxidativen Stress. Also das sind im Grunde genommen Marker, diese funktionellen Marker hier für die Enzyme, die immer mit Vorsicht zu genießen sind und die auch falsch negativ sein können. Das ist mal dargestellt. Das freie Nitrotyrosin im EDTA-Blut erhöht. Die Inflammation, die Alpiten, TNF-Alpha, das ATP, wieder die Mitochondropathie und dieses Malondialdehyd-modifizierte LDL. Und hier sogar noch das Citrolin und Morin. Das heißt, das sind diese Marker jetzt einfach mal alle. Ich glaube nicht, dass man sie braucht. Aus meiner Sicht ist das freie Nitrotyrosin, das TNF-Alpha und das ATP und das MDA-LDL. Wenn man diese vier eigentlich hat, hat man im Grunde genommen diese Viererbeziehung aus meiner Sicht dargestellt und zumindest zu einem einigermaßen vertretbaren Preis auch diagnostiziert. Das Ganze noch, die Genetik, die Bedeutung der Genetik, hatte ich mich auch mit Eckart Schnackenberg dargestellt, der gerne dann heute Abend im Rondebel oder in der Diskussion die Fragen dazu auch beantwortet. Und die SOD2 und natürlich die Entgiftungsenzyme der Phase 1 sind letztlich Marker, die uns anfällig machen für einen oxidativen Stress und im Grunde genommen damit für den gesamten Zyklus. Das ist natürlich nicht nur für den oxidativen Stress, sondern wenn ich oxidativen Stress habe, habe ich dann in der Regel auch häufig Silent Inflammation, Nitrosativen Stress und Mitochondropathie. Das heißt, hier geht es letztlich um Prädispositionen dafür. Das ist sicherlich häufig sinnvoll, auch um eine Differenzialdiagnostik zu starten. Wo sind die Schwachstellen des Patienten? Bei der Inflammation gibt es natürlich auch Patienten, die mehr oder weniger empfindlich sind, was Inflammation angeht. Die Zahnärzte kennen das von der Entzündungsneigung bei der Titanenunverträglichkeit in Anführungsstrichen. Hier werden TNF-Alpha, Interleukin 1 im Wesentlichen untersucht. Das Ganze gibt es natürlich auch noch für das Interophon Gamma. Schon vor fast zehn Jahren von Wilfried Bieger gezeigt, dass die Patienten mit einem bestimmten Interophon Gamma-Polymorphismus eine erhöhte Neigung zu MCS haben, also zur multiplen Chemikalien-Sensitivität und mit Sicherheit auch zu CFS oder zu anderen rheumatologischen Erkrankungen. Das heißt, alle, die mit Interophon Gamma verbunden sind. Das Ganze natürlich gibt es auch bei den anti-entzündlichen Zytokinen und beim Interleukin 4. Das heißt, wir haben alle ein unterschiedliches Muster von Zytokinen, von Inflammationsneigungen, die uns mehr oder weniger empfindlich machen, mit unseren Zytokinen zu reagieren. Und wenn wir vorhin diese schönen Kaskaden von Herrn Müller gesehen haben, das eine geht hoch, das andere geht runter, da sind unsere Stärken und Schwächen. Das heißt, wir haben einfach programmiert, dass wir mit einem bestimmten Zytokin bei demselben Reiz stärker reagieren, ich als er. Und das macht mich bei bestimmten Allergien oder bei bestimmten Reaktionen in diesem ganzen extrem komplizierten Netzwerk dort natürlich mehr oder weniger empfindlich. Das macht alles nicht krank, das wird alles normalerweise toleriert, aber irgendwann sozusagen, wenn das ganze System eben nicht mehr diese Regulationsfähigkeit hat und bestimmte Marker im Keller sind, dann kann das eben nicht mehr ausgeglichen werden. So, das war es an dieser Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank.